Herzlich willkommen zur zweiten Talkshow von Fallout. Mein Name ist Franzi und bei uns dreht sich heute alles um das Thema Netzaktivismus. Denn wir leben in Zeiten, in denen Reddit die Börse crasht, in denen PolitikerInnen von Social-Media-Plattformen verbannt werden und Hashtag-Bewegungen wie MeToo oder Black Lives Matter juristische Realitäten verändern können. Aber kann man mit politischen Statements im Internet auch wirklich was verändern? Darüber diskutiere ich heute mit drei tollen und spannenden Gästinnen. Ich freue mich heute auf Tobias. Ups, da sitzt ja ein Mann in der Runde von Fallout. Tobias Dienlin traut sich. Der studierte Psychologe hat sich in seiner Doktorarbeit mit den Wechselwirkungen von Psyche und Social Media befasst. Zitat, soziale Medien vermitteln Freundschaft und Partnerschaft, Politik und Sport, Arbeit und Katzenvideos. Doch Social Media lenkt auch ab, können neidisch machen und Schauplatz von Hassrede und Anfeindungen sein. Zitat Ende. So schreibt er in seinem Blog. Ein Wissenschaftler, der einen Blog hat? Auf jeden Fall, denn Tobias kämpft für eine offene Wissenschaft und lässt damit die Akademiker-Bubble platzen. Am Publizistik-Institut der Universität Wien ist er für interaktive Kommunikation zuständig. Mal sehen, wie interaktiv unsere Talkrunde heute wird. Schön, dass du da bist, Tobias. Freut mich. Tobias, du beschäftigst dich, wie wir gerade gehört haben, vor allem mit den negativen Auswirkungen von Social Media auf die Psyche. Und hast jetzt einen Blog. Wie bewahrst du dich persönlich denn vor diesen negativen Auswirkungen? Ja, also tatsächlich geht es in meiner Forschung eigentlich nicht darum, nur die negativen Aspekte zu untersuchen, sondern insgesamt die Wirkung, positive wie negative Seiten. Und überraschenderweise zeigt sich, dass das sich auch ziemlich die Waage hält. Also, dass die Menschen, die sagen, dass das wirklich der Untergang der Welt ist oder einfach wirklich ganz schlimme Folgen hat, dass sich das zumindest in unseren Daten so nicht zeigt im Durchschnitt, sondern dass man auch sehr viel da rausziehen kann. Und da gibt es eben sehr viele Chancen. Und genauso versuche ich auch, selbst das Internet zu nutzen, den Blog zu nutzen, indem ich da etwas nahbarer, etwas in einfacher Sprache auch mal ein Forschungsergebnis aufbereite oder aber auch eine Sache, die vielleicht noch nicht publikationsfertig ist, schon mal rausschicke, um zu gucken, was KollegInnen dazu meinen. Und von daher, glaube ich, gibt es da viele Möglichkeiten. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich versuche schon auch immer, kritisch zu reflektieren. Nutze ich es zu viel? Nutze ich es vielleicht zu wenig? Verpasse ich eine Chance? Und ja, die Antworten sind da meistens nicht eindeutig. Das ist spannend, weil wir kommen später auf jeden Fall noch auf die Vorteile oder Chancen, die Social Media eben auch bringt. Aber genau deswegen bist du heute auch da, weil du eben jemand aus der Wissenschaft bist, der das versucht, auch in die Außenwelt rauszutragen. Als nächstes stelle ich aber jetzt erst mal eine Politikerin vor hier heute. Schön, dass du da bist. Falka. Falka El Nagashi. Puh, wen haben wir uns denn da an Bord geholt? Eine Feministin mit Migrationsvordergrund, ungarisch und ägyptisch, feiert auf Insta den Lesbian Visibility Day und ist in einem kleinen Dorf in Niederösterreich mit Songs von Freddie Mercury und Madonna aufgewachsen. Seit 1990 kämpft sie für die Rechte von Frauen, der LGBTQ-Plus-Community-Minderheiten wie die Sintice und Romnia und spricht über Safer Sex, Safe Spaces, Hanky Codes und Polyamorie. Im Internet und auch im österreichischen Nationalrat für die Grünen. Sie ist für die Gesellschaft das, was der ESC-Gewinner Damiano David für viele TikToker ist. Eine Rockstar, die wirklich jedes Klischee bricht und nach dem Auftritt im Parlament die Sonnenbrille aufsetzt und mit dem E-Bike nach Hause cruised. Falka, the stage is yours. Falka, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Wo ist mein E-Bike? Ich habe gar kein E-Bike. Wie bist du gekommen? Ja, öffi, öffi, aber E-Bike habe ich keines. Aber sonst sehr interessant, ja. Wie kommt denn eine Rebellin wie du in die Politik? Ja, langer Weg, lange Geschichte. Ich habe mit politischer Arbeit angefangen, als ich 19 war. Und das hat sehr viel zu tun gehabt mit meinen verschiedenen Identitäten und mit meiner Auseinandersetzung damit. Und auch mir ist sehr früh die Möglichkeit gegeben worden, es auf eine politische Ebene zu übersetzen und zu übertragen. Und ich habe dann angefangen, ja, Aktivismus zu machen, politischen Aktivismus, vernetzt auf einer europäischen Ebene auch, viel mit anderen jungen Menschen damals und sehr intersektional. Also nicht nur mit einem Thema, sondern Frauenrechte, LGBTIQ, Antirassismusarbeit, Antidiskriminierungsarbeit. Und das habe ich sehr lange gemacht, fast 20 Jahre lang in NGOs. Habe das dann auch beruflich gemacht, habe mich dann auch akademisch, wissenschaftlich damit beschäftigt. Und bin dann wirklich fast zufällig zu einer Partei gekommen, und das waren die Grünen, über eine berufliche Möglichkeit anzudocken, eine Stelle, die ausgeschrieben war. Und daraus hat sich dann ergeben, dann irgendwann das politische Mandat. Und das ist jetzt über fünf Jahre her. Und dann seit fünf Jahren heißt es, habe ich einen Wechsel gehabt von der politischen Aktivistin hin zur Politikerin. Und lange hat mich beschäftigt auch die Frage, kann ich beides gleichzeitig sein? Und ich glaube schon, und so mache ich auch meine politische Arbeit als Politikerin, immer noch auch als politische Aktivistin. Okay, das ist spannend, weil wir haben nämlich auch jemanden in der Runde, eine Person, die im Vorgespräch zumindest das ein bisschen anders gesehen hat. Du bist vom Aktivismus in die Politik gekommen. Dexplien hat mir das anders erklärt. Du meintest, dass Politik eher nicht so dein Ding ist, dass du eher im Aktivismus bleibst. Das kannst du später nochmal erklären, aber erstmal kommt auch deine Vorstellung jetzt. Dexplien, aka Emily, ist das, was man im Volksmund gern als Multitalent bezeichnet. Eigentlich ist sie Sängerin und das macht sie für ihre 19 Jahre erstaunlich tiefgründig. Ihre neue Single Back to You hat sie all jenen gewidmet, die in einer toxischen Beziehung stecken. Aber eigentlich ist sie auch Online-Aktivistin und macht als queere Person auf Insta ihre Achselhaare zum Politikum. Sie plödiert für einen offenen Umgang mit der Psyche und ist nebenbei auch noch im Social-Media-Team der Seebrücke und wird das Klima-Volksbegehren am Content-Createn. Als geoutete Nicht-Politikerin glaubt sie an die Wirkung des Widerstands. Fuck the System. Herzlich willkommen, Dexplien. Auch von mir nochmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Wir reden ja heute ein bisschen auch über dieses Spannungsverhältnis Online-Offline-Politik. Du repräsentierst so ein bisschen die Generation Z heute. Ist Online- und Offline für dich, sind das eigentlich noch überhaupt Gegensätze? Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, dass wir alle besonders in 2020 und 2021 gemerkt haben, was für ein Zusammenspiel Online- und Offline-Aktivismus ist und auch Online- und Offline-Politik. Also ich sehe da gar keine klaren Grenzen mehr und ich glaube, dass die meisten Leute die auch einfach gar nicht mehr ziehen können. Ich meine, Falka, du bist Politikerin, aber bist eben auch viel, also du bespielst auch beide Seiten, sage ich mal, Online- und Offline. Warum, wie wichtig ist das denn für deinen Beruf? Ja, also es kommt immer darauf an, glaube ich, wie man es auslegt, Politiker oder Politikerin zu sein. Und für mich ist ganz wichtig eine Verbundenheit mit verschiedenen Communities, weil ich mich auch wirklich, also aus meinem politischen Werdegang heraus, aus meinen verschiedenen Identitäten heraus, aus meinen politischen Schwerpunkten heraus, fühle ich mich sehr verbunden und ich kann nicht arbeiten ohne diese Verbindung. Und für mich überträgt sich das auch online. Das ist für mich so eine Art Grassroots-Aktivismus, der sich auch online abbildet und auch dort bin ich Teil davon. Und deswegen habe ich meine Online-Präsenz auf unterschiedlichen Ebenen. Und ich glaube, wenn man sich das anschaut, was es online gibt, dann hat das große qualitative Unterschiede. Also ich bin auf Instagram, ich bin auf Facebook, ich bin auf Twitter. Ich bin nicht auf TikTok zum Beispiel, das schaffe ich nicht mehr. Das ist für mich ein bisschen eine Altersfrage, vielleicht nicht nur. Aber ich habe zum Beispiel kein Social-Media-Team, das das für mich betreut. Ich mache das selber. Es ist auch sehr viel, das selber zu machen. Und dann muss man auch die Logiken, die verschiedenen Logiken können und kennen. Und Twitter in Österreich zum Beispiel ist ganz etwas anderes als Twitter in anderen Ländern. Oder als Instagram. Funktioniert mit anderen Logiken. Aber ja, für mich ist wichtig, diese Verbindung einerseits, aber natürlich auch eine Sprachrohrmöglichkeit. Nicht alle bekommen das mit, was in den Printmedien ist und nicht alle haben die Möglichkeit, in den Printmedien zu sein. Und deswegen eignet sich das für mich als Werkzeug sehr gut. Weil ich wollte dich jetzt fragen, ob du das auch in den Wählerstimmen merkst. Also je mehr du online aktiv bist, ob du dann auch mehr gewählt wirst. Weil dazu haben wir wenig Zahlen gefunden. Kannst du das vielleicht? Ich denke nicht, dass man so eine Frage explizit auftröseln kann. Dass ich jetzt so und so viele Stimmen von Instagram bekommen habe und so und so viele Stimmen von Twitter. Man würde oder man hofft manchmal, dass die Wissenschaft das kann. Aber das kann man nicht auseinanderhalten. Aber sicherlich ist es so, das wirst du ja auch sehen, dass man da eine sehr direkte Rückmeldung bekommt, wie viele Leute das gesehen haben. Also man bekommt sehr wohl mit, welcher Content angenommen wird, was wie weitergegeben wird, was kontrovers diskutiert wird. Und ich glaube, die Rückmeldung hat man dann, was funktioniert und was nicht. Und auch für mich ist es schon auch interessant zu sehen, welche Themen, welche meiner Forschungsbereiche interessiert die Öffentlichkeit mehr und welche weniger. Okay, dann gibt es dazu vielleicht keine Zahlen. Aber was kann man denn sagen, wie hat denn Social Media oder eben die Digitalisierung Politik verändert? Aber eben nicht auf der PolitikerInnen-Seite, sondern eben auf dieser Aktivismus-Seite. Ja, also ich denke, es hat sehr stark verändert. Aber auch das ist jetzt eine kleine Geschichte, die wir ja durchgegangen sind. Anfangs war man da eher skeptisch. Da hat man gedacht, das ist einfach nur Klicktivism. Das ist ja nicht ernst. Du hast es vorhin auch gesagt, es verschmelzt. Und das merkt man daran, dass man das eben nicht so leicht trennen kann. Dass selbst ein Like eine Aussage haben kann, dass man das auch politisch interpretieren kann. Und dass es einfach ein weiterer Kanal ist, in dem wir uns miteinander verständigen, den muss man nicht notwendigerweise nutzen. Es gibt auch ein paar PolitikerInnen, die sagen, das passt nicht zu meinem Profil, das mache ich nicht, das bespiele ich nicht. Dann ist es aber auch authentisch. Aber bei anderen, so wie du es auch gerade sagst, wenn du zu den Menschen, zu denen du willst und die dort sind, einen Zugang haben willst, dann musst du es online machen. Also von daher ist es so, dass sich das jetzt auch geändert hat. Man konnte das in der Forschung, in vielen empirischen Ergebnissen auch schon recht früh zeigen, dass es zusammenhängt. Also dass die Leute, die online aktiver sind, auch eher mal auf die Straße gehen, auch eher sich irgendwo engagieren. Also dass es eben nicht eine fiktive Welt ist, in die man sich flüchtet. Und dann gibt es ja dieses Stichwort Moral Licensing. Also im Sinne von, ach, ich habe ja hier jetzt schon mal geklickt, dann muss ich ja nicht mehr offline mich bewegen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Und gerade die Pandemie, ihr werdet es auch mitbekommen haben, zeigt auch, das kann, also das muss nicht notwendigerweise gut sein. Also es gibt auch Auftrieb für Bewegungen, die man aus vielen Perspektiven, aus vielen demokratiefreundlichen Perspektiven wirklich ablehnen muss, die aber darüber wirklich sich haben verstärken können und eben wirklich es auf die Straße gebracht haben und damit eine wirkliche lautstarke Meinungsäußerung waren. Und sicherlich angetrieben durch Social Media. Wir haben dazu eine Umfrage auf der Straße gemacht. Ich finde, die Leute sind ein bisschen gespaltener in dem, was sie sagen. Die spielen wir jetzt mal ab. Tolle Urlaubsfotos, Selfies und Foodporn, das war gestern. Jetzt heißt es Hashtag-Aktivismus, Infotainment und Sinnfluenzen. Immer mehr Leute sind auf Social Media politisch unterwegs, aber was steckt da eigentlich dahinter? Steckt da überhaupt etwas dahinter? Leben wir im Zeitalter des Couch-Potato-Aktivismus oder stehen wir am Beginn der digitalen Demokratie? Wir haben Leute auf der Straße dazu gefragt, was sie davon halten, dass sich immer mehr Leute im Internet politisch engagieren. Bist du aktiv online? An sich nicht wirklich. Ich muss sagen, dass ich nicht so ein großer Social Media Mensch bin. Instagram und Facebook sind eh die gängigsten Dinge. Also ein Vorteil ist auf jeden Fall, dass man mehr Leute erreichen kann. Ein Nachteil ist meiner Meinung nach zum Beispiel, wenn es um so etwas wie Abschiebungen oder auch die Lage für geflüchtete Menschen auf den griechischen Inseln geht, dass ich kann mir vorstellen, dass viele Leute dann halt schon denken, dass sie dadurch ihren Aktivismus schon ausgelebt haben und dann vielleicht nichts anderes mehr machen. Mir war das immer zu wenig. Wir sind in der Aau gesessen und haben dort geschlafen. Uns hat man nicht ständig mit Polizei bewachen müssen. Das war überhaupt nicht, es war schon Polizei, aber nie in der Form wie jetzt. Das wird alles riesig aufgepauscht und dadurch gibt es eigentlich viel zu wenige, die sich noch auf die Straße trauen. Inwiefern nimmst du das wahr, dass da die Gefahr lauert, dass man angegriffen wird oder viel Hate abbekommt? Das ist sicher eine Thematik. Also man kann sich sehr exponieren und man kann dann auch sehr leicht angreifbar werden. Ich bin in dieser Richtung sehr sensibel. Es verletzt mich, wenn ich... Jetzt kann jeder seine eigene Meinung sagen, aber ich bin sehr zurückhaltend. Ich bin eigentlich für eine Mischung, weil nur digital erreicht man nicht so viel. Nö, einen Chef muss immer geben, egal wo. Ob er gut ist oder nicht, aber einen Chef muss immer geben. Es ist definitiv noch Politik auf der Straße vorhanden und ich finde es ist auch wichtig, dass es weiterhin auch wirklich Präsenz besitzt. Es ist halt jetzt gerade... Es wird die Straße leider eingenommen von eher der rechten Seite als von der linken und es ist gerade ein bisschen schwierig. Gibt es direkte Reaktionen auf die Umfrage? Also ich finde... Ich finde Antworten eigentlich fast lustig, weil man merkt irgendwie, es kristallisiert sich ein bisschen raus, dass die etwas älteren Menschen vielleicht sagen, ja, wir waren noch in der AU und ihr seid eigentlich nur mehr am Handy und macht nichts Wichtiges. Ich weiß nicht, ich muss ehrlich sagen, bei mir persönlich ist es so, dass ich in den Internetaktivismus gekommen bin letztes Jahr durch die Black Lives Matter Bewegung und ich war immer schon politisch interessiert und komme auch aus meinem Haushalt, wo man das einfach bespricht, wenn man reinkommt. Und das war so eine Bewegung, wo ich mir gedacht habe, okay, das geht nicht. Ich kann gerade nicht mehr Privates als mit politischem Trennen in der Hinsicht. Ich kann nicht, keine Ahnung, über meinen Nullsalat posten, wenn da gerade so eine große Bewegung draußen ist und ich hatte fast das Gefühl, wenn ich nichts sage, ist das fast wie halt Komplize sein. Und da sage ich halt in der Hinsicht, Onlineaktivismus ist viel wichtiger geworden, aber das bedeutet, wie zum Beispiel Tobias vorher schon gesagt hat, absolut nicht, dass die Menschen da noch nicht mehr auf die Straße gehen oder nicht mehr in der AU übernachten oder was auch immer. Also mit dem Vorwurf Lifestyle-Aktivistin oder so wurdest du da mal konfrontiert und wie würdest du damit umgehen? Ja, ganz oft. Also egal in welchen Debatten oder Diskussionen. Ich war für das Klimavolksbegehren zum Beispiel auch bei mehreren Pressekonferenzen dabei und da hat man richtig gemerkt, so ja, das ist die Social Media Person und kümmert sich halt um das Bild nach außen und es wurde ein bisschen belittelt fast schon. Aber wenn ich so darüber nachdenke, das Klimavolksbegehren wäre zum Beispiel nie im Leben so groß geworden ohne Social Media. Wir hatten die größte Reichweite durch Social Media, meiner Meinung nach. Und auch zum Beispiel bei der Seebrücke oder generell bei Bewegungen. Ich habe das Gefühl, Online-Aktivismus war noch nie so groß. Generell, Themen wurden noch nie so breitbandig besprochen. Natürlich ist es auch meine Bubble, aber ich glaube, dass jeder oder jede von uns auch zum Beispiel die ganze Post mitbekommt mit, was passiert in Belarus, was passiert in Russland, was auch immer. Und das ist halt einfach Information, die man direkt mitbekommen und fast gar nicht mehr ausreichen kann in der Hinsicht. Nur um mal kurz ein Beispiel zu bringen. Ich erinnere mich noch, als dieser Blackout Tuesday war, wo man quasi aufgerufen wurde, dazu diese schwarzen Bildschirme bei Instagram zu teilen. Und ich war gerade unterwegs und habe nur diese schwarzen Bilder überall gesehen und habe mich dann direkt komplett unter Druck gefühlt, auch weil ich dachte, ich muss mich jetzt auch dazu staten. Und das hattest du ja auch gerade so ein bisschen gesagt, dass man kommt nicht mehr drumherum und man fühlt sich dann irgendwie sehr damit konfrontiert. Was macht das mit der Psyche, wenn man die ganze Zeit mit diesem Du sitzt gefühlt auf der Toilette und bist in Belarus? Ja, es ist herausfordernd. Und man kennt das auch schon, also ich kenne das auch noch von früher, dass man sich gefragt hat, um 8 Uhr bin ich bereit, die Nachrichten anzuschalten oder nicht? Oder schaffe ich das heute nicht? Und das ist jetzt bei Social Media schwieriger, weil das sich halt alles ineinander vermischt. Und vielleicht war das auch immer noch lange so ein Vordergrund von Instagram, dass es da halt immer positiv war, vielleicht oberflächlich, aber zumindest nicht tough. Facebook wurde schon früher negativer und aggressiver. Und da war Instagram so ein bisschen die Wohlfühlinsel. Aber das hat sich jetzt auch geändert. Naja, man kann das schwer abschließend beurteilen, weil es ist ja vielleicht sogar so, dass man herausgefordert werden will, dass es nicht nur oberflächlich ist, dass es mich zu Hause auf der Toilette tangiert, was in ein paar Ländern weiter geschieht und dass es nicht egal ist, dass es Menschen sind und dass das wachrüttelt und dass es eben nicht nur eine Blase sein muss. Von daher hat es sicherlich gesellschaftpolitisch eine Chance, aber auch emotional natürlich eine Herausforderung. Und meine Wahrnehmung ist, dass auch viele jetzt im Kontext der Corona-Pandemie einfach gesagt haben, ich will das einfach nicht. Ich will die Augen davor verschließen. Und wenn ich die Augen verschließe, dann gibt es das nicht und wirklich Fakten geleugnet haben, nur um ihre Psychohygiene zu wahren. Und ich glaube, da muss man halt ein gesundes Verhältnis eingehen. Also es kann nicht immer nur darum gehen, dass ich gerade in meiner Wohlfühloase bin. Ja, aber klar, auf der anderen Seite sind wir vielleicht irgendwann so weit, dass wir dann das Handy lieber zur Seite legen, wenn wir aufs Klo gehen und dann irgendwie eine andere Lektüre lesen, weil wir dann darauf keine Lust haben. Es gibt trotzdem in der Wissenschaft einen Begriff, der nennt sich Selectivismus. Wenn eben Menschen sich auf ihren politischen Statements im Internet ausruhen und dann denken, ja, das reicht, wenn ich das jetzt einmal like, dann habe ich mich quasi geäußert und jetzt muss ich mich nicht mehr wirklich politisch aktivieren, sagt man das so. und das wird dann eben einfach als fauler Aktivismus beschrieben. Würdest du Dexplien das vorwerfen, du als Politikerin? Sicher nicht. Nein, warum? Also ich hätte überhaupt keine Veranlassung dafür, aber ich kenne dieses Konzept nicht im Detail, aber man muss ja auch sehen, dass Menschen unterschiedliche Ressourcen haben. Unterschiedliche Ressourcen und auch unterschiedliche Vorlieben vielleicht. Jetzt war ich, sagen wir mal nur ein Beispiel, ein bisschen random, aber ich war auf der Regenbogenparade am Samstag und das waren so viele Menschen und ich war das so lange nicht mehr gewohnt, unter Menschen zu sein. Das war sehr flashig und es gibt Menschen, die wollen vielleicht nicht mit tausenden anderen auf einer Demo unterwegs sein oder können das auch nicht, aber sie schicken sehr gerne meine Rede aus dem Nationalrat an ihre ganze Friendslist. Und das ist nicht nichts. Und das ist auch nicht unbedingt an sich darauf ausruhen. Also ich kenne ja die Intention dahinter nicht und ich kenne auch nicht die Möglichkeiten, die Rahmenbedingungen und die Ressourcen. Deswegen würde ich mir so jetzt ein Urteil nicht anmaßen. Mein Zugang und ich bin jetzt Politikerin, aber in meinem Aktivismus auch in sehr vielen zivilgesellschaftlichen Bündnissen und Organisationen auch aktiv in der Plattform für eine menschliche Asylpolitik zum Beispiel oder auch im Beirat von Black Voices Volksbegehren. Uns ist es immer wichtig, auch persönlich zusammenzukommen, wenn das möglich ist. Jetzt mit der Pandemie gab es eine Unterbrechung, aber immer beides zu haben. Und das, was ich merke und was sehr schön ist, ist, dass ich Menschen treffe, die ich an beiden Orten treffe. Ich habe viele Menschen, die ich nur online kenne und die mich dann auf einer Veranstaltung oder auf einer Demo ansprechen und sagen, ich bin die und die Person. Wir haben sogar schon geschrieben miteinander und wir folgen uns gegenseitig da oder dort. Und es gibt also diese Schnittbereiche und diese Schnittpunkte immer wieder. Wenn ich da vielleicht sogar auch ergänzen darf. Klar, man findet sogar diese Schnittpunkte, dass Menschen offline aktiv sind, online aktiv sind. Und es gibt auch Leute, die sind wirklich viel mehr online aktiv. Und dann könnte man jetzt mal, naja, ist das jetzt Schein? Ist das oberflächlich? Nicht notwendigerweise, weil es gibt auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und es gibt auch Leute, die vielleicht einfach etwas schüchterner sind, die sich halt nicht so trauen, eine freie öffentliche Rede zu halten. Und aber denen ist einfach leichter gefällt, leichter fällt, einen Text zu formulieren, kreativ zu sein, ein Bild zu posten und darüber sich ausdrücken. Und ich finde, das ist total legitim. Und das merken wir halt auch, dass es da online auch Möglichkeiten gibt, dass eben Persönlichkeitsprofile, die offline einfach sich nicht so wohlfühlen, sich da eher wohlfühlen und dann auch sogar da eher einfach aktiv sein können. Ja, da würde ich gerne einecken, weil ich finde, dass man es immer so darstellt, als würden die Leute, die am aktivistischsten sind oder generell in den Online-Aktivismus gehen, schüchterne Menschen sein oder zum Beispiel, ich weiß, das hast du wahrscheinlich nicht nur so gemeint, aber es ist immer die Rede von schüchternen Menschen, Menschen, die vielleicht keine Reden halten wollen, was auch immer. Ich bin zum Beispiel eine Person, die sehr gerne Reden haltet. Ich bin auch sehr gerne von der Kamera, wie man hier sieht, oder generell in Diskussionen dabei. Aber ich habe bemerkt, für meine Generation besonders und auch für mein Alter, ist Social Media im Moment die beste Art und Weise, etwas wirklich zu starten, weil tatsächlich ist es so, dass wir im Moment, also wir, meine Generation, die Generation über mir und unter mir, dass wir die meiste Macht haben auf Social Media und das sind auch die Menschen, die am meisten Following haben und deswegen bin ich auch zum Entschluss gekommen, das ist für mich extrem wichtig und ich muss auch ehrlich sagen, wenn man darüber redet, es gibt Menschen, die zum Beispiel mehr Online-Aktivismus machen, das bedeutet aber nicht, dass sie nicht so viel machen offline. Es gibt auch Politiker und Politikerinnen, die seit Jahren im Amt sitzen und absolut nichts weiterbekommen und es gibt Online-Aktivistinnen, die weiters mehr weiterbekommen durch einen Post, der viral geht oder durch eine Bewegung und ich finde, wenn man immer darüber redet, dass man den Online-Aktivismus in Anführungszeichen duldet, weil es eh was weiterbringt, wir dulden auch die Politik in der Hinsicht. Ja, fair enough, würde ich sagen. Aber ich finde, oder der Vorwurf rührt auch so ein bisschen oder ist eher auch ein bisschen gegen diesen politischen Diskurs, der vielleicht dann ein bisschen verloren geht. Also zum einen, weil Social Media ein bisschen dazu anregt, okay, ich habe da jetzt eben was gepostet oder mich gestatet, das reicht und ich muss mich jetzt nicht unbedingt weiter damit beschäftigen. Das ist der eine Punkt und der andere Punkt wäre eben der, das wäre jetzt auch eigentlich eine Frage, ob Social Media Politik Verdrossenheit bekämpfen kann oder eher im Gegenteil, dass wir ein bisschen verlernen auch zu diskutieren, weil dann eben viel online irgendwie stattfindet und das eben schon eine andere Diskussion ist, als wenn du jemandem gegenüber sitzt und deine Meinung wirklich ausführen musst. plus diese ganzen Bubbles, also diese Algorithmen und wirtschaftlichen Interessen, die uns da in irgendwas drängen. Es ist schon so, dass was wir sehen können erst einmal ist, dass diese Annahme der Filterbubbles und dass es einfach nur in einem kleinen Bereich ist und nicht allgemein, dass sich das gar nicht so zeigen lässt. Also dass Social Media im Schnitt eher dazu führen, dass man mit viel mehr unterschiedlichen Meinungen konfrontiert wird und wir auch eher sogar Einblick in Gedanken von Menschen bekommen, die wir so vorher nicht hatten und uns das herausfordern und wir auch darüber halt Umgangsformen sehen, die wir so gar nicht kennen, weil die bei uns vielleicht nicht praktiziert werden. Also von daher, das ist tatsächlich, also es gibt zunehmend Forschung, die zeigt, dass das in der Mitte der Gesellschaft nicht der Fall ist, dass es also die Menschen verengt. Es verändert sicherlich den Diskurs. Also das ist richtig. Gewisse Dinge funktionieren besser. Klar, Twitter, 280 Zeichen, das eignet sich eher mehr, um einen Impuls zu setzen, um ein Statement rauszugeben und das ist richtig, dass es tendenziell eher etwas überspitzt. Das ist tendenziell etwas polemischer und ich sehe da aber auch wirklich schon auch eine Gefahr darin, dass es immer leicht ist, einfach was rauszuhauen, aber dann muss man sich nicht dafür verantworten. Also ich muss der Person nicht ins Auge schauen. Wenn ich dich jetzt kritisieren würde online, ja das ist einfacher als jetzt hier, das würde gar nicht gehen. Das würde mir viel näher gehen und das fehlt natürlich online und von daher ist das etwas, was wir als Gesellschaft noch lernen müssen. Dann zu sagen, okay, an dieser Stelle müssen wir uns einfach ein bisschen mehr beschränken oder das können wir hier nicht weiterführen und du hast es vorhin auch gesagt, es muss sich halt ergänzen. Ja, manche Sachen, das sind tolle Ideen, die klingen super, wenn man die in so einem Zweizeiler raushaut, aber vielleicht klappt das nicht, wenn man das mit zum Ende durchdenkt und von daher muss ich das ergänzen. Du hast es vorhin schon angesprochen, diesen Generationenkonflikt und du meintest jetzt auch, die Gesellschaft muss sich vielleicht dran gewöhnen. Ist dieses Schnelle oder dieses Social Media, ist das auch nicht einfach Zeitgeist? Also ich finde persönlich es ist extrem schwer, weil ich kann natürlich nur über meine Erfahrungen jetzt reden und ich bin zum Beispiel eine Person, die sehr viel mit Insight hier auch zu tun hat, obwohl ich öfters auf einer Bühne stehe und öfters auch einfach im Rampenlicht stehe. Und das ist für mich auch ein wahnsinnig großes Problem, da mit Social Media klarzukommen, weil ich habe, das habe ich vorher schon erwähnt, TikTok gelöscht vor zwei Tagen, vor drei Tagen, einfach weil es mir zu viel war und es wurde mir auch einfach zu viel. Ich habe einfach bemerkt, wie ich da überhaupt nicht mehr loskomme und ich habe auch zum Beispiel einen privaten Instagram-Account und einen Künstler, Künstlerin Instagram-Account, einfach weil ich das getrennt haben will, nicht in der Hinsicht, dass ich jetzt bei meinem Privaten nur politisch bin, sondern generell, dass ich einfach zwei Bubbles habe, in Anführungszeichen, wo ich reinsteige. Und was mir auch wichtig ist zu erwähnen, obwohl ich natürlich als Online-Aktivistin hier auftrete, Social Media ist verdammt hart und es braucht wirklich Zeit, um zu wissen, wie man damit umgehen will oder ob man überhaupt damit umgehen will. Und diese ganze Diskussion mit Bubbles finde ich auch so interessant, weil ich letztens einen Podcast gehört von Zeit Online, wo eben besprochen wird, dass junge Generationen sich immer mehr alleine fühlen und immer mehr alleingelassen fühlen und dass das noch nie so war und dass die älteren Generationen normalerweise irgendwie allein waren und dann konnte man die irgendwie sozialisieren, indem man sie irgendwie Projekte schickt. Und was soll man jetzt mit jungen Generationen machen? Die haben Menschen um sich herum, die haben Menschen in ihrem Leben, aber fühlen sich trotzdem allein. Das heißt, wenn der Raum voll wird, fühlen sich auch allein. Und ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Gefühl einfach auch von den Bubbles kommt. Ich persönlich bin in einer queeren Bubble, in einer feministischen, aktivistischen Bubble und dann gehe ich raus, gehe zum Bilder und werde vom nächsten Mann sexistisch beschimpft. Und dann denke ich mir auch so, wow, okay, ich habe mir jetzt erwartet, ich gehe raus und da sind, weiß ich, wie viele Leute, die meiner Meinung sind. Natürlich ist es toll, wenn jemand nicht meine Meinung ist, aber es ist trotzdem so ein, man fühlt sich so komplett allein und ausgeliefert fast schon. Wichtiger Punkt auch, das ist wahrscheinlich auch was, was dich interessiert in deiner Arbeit. Aber ich wollte nochmal ganz kurz gerne auf den Aspekt des De-Platforming ganz kurz kommen, weil wir da auch schon mal drüber gesprochen hatten. Also damit ist einfach gemeint, dass eben Trump zum Beispiel jetzt nicht mehr auf Twitter posten darf. Was sagst du generell zu PolitikerInnen auf Social Media? Ja, es ist, ich bin sehr zwiegespalten in dem Thema, weil ich muss auch ehrlich sagen, ich folge zum Beispiel Falker seit längerem und auch anderen PolitikerInnen und da bekomme ich natürlich auch sehr viele Informationen mit, die natürlich biased sind. Man kann jetzt nicht sagen, dass die PolitikerInnen auf einmal jetzt einen privaten Twitter-Account haben und da twittern, wie sie wollen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mit vielen Freunden und Freundinnen oder auch Kollegen, Kolleginnen gestritten über den ganzen Diskurs wegen Trump auf Twitter, dass er gesperrt wurde, weil ich persönlich, ich finde es nicht gut, weil Twitter jetzt im Endeffekt oder Facebook oder egal welche Plattform sich die Macht nimmt und sagt, ich nehme jetzt eine Person, die Abermillionen Follower hat, die Abermillionen Reichweite hat, ich nehme ihnen jetzt die Reichweite und ich entscheide, wann es brenzlig wird. Dass sie das in den letzten zwei Wochen, bevor er nicht mehr in der Politik war, gemacht hat, ist natürlich auch gezielt. Sie hätten sich das nicht getraut, mitten in einem Wahlkampf schafft und das zum Beispiel wie auf Facebook jetzt in Österreich, HC Strache. Das war auch eine ganz lange Diskussion, ob das okay ist oder nicht. Ich persönlich, natürlich will ich HC Strache nicht auf Facebook sehen. Ist es okay, dass Facebook entsperrt? Absolut nicht. Was sagt ihr dazu, Falka Dudley? Ja, vielleicht noch zu der Präsenz von Politikern und Politikerinnen auf Social Media. Also für uns ist es mittlerweile ein regulärer Kommunikationskanal geworden. Also so wie früher vielleicht nur E-Mails da waren oder Primär-E-Mails, viele Newsletter dann gemacht haben. Ich mache immer noch eine Newsletter, es ist schon fast ein bisschen retro, aber... dass jemand von unseren Wählerinnen aber auch einfach jemand in dem Wahlkreis, in der Gemeinde, in der Stadt, allgemein im Land etwas über uns erfahren möchte oder über unsere politische Arbeit und unsere politischen Haltungen zu einem bestimmten Thema, sagen wir, weil es auch vorher in der Einspielung als Thema gekommen ist, die Abschiebungen und wer hat was dazu gesagt, dann gehen die auf Social Media und schauen sich unsere Accounts dort an. Das ist wie eine Webseite. Ja, genau. Es ist wie eine moderne, viel interaktivere und schneller befüllte Webseite. Und das ist vielleicht der Druck, den wir haben. Also mein Druck ist jetzt weniger, ob ich am Blackout Tuesday ein schwarzes Bild als Posting mache, aber wenn ein Thema da ist, politisch, dass ich dazu etwas sage und schnell und das Richtige sozusagen. Und dann in weiterer Folge auch, weil du gesagt hast vorher, dann macht man ein Posting, setzt das ab und hat genug getan und muss gar nicht mehr sich weiter damit beschäftigen. Das stimmt so auch nicht ganz, weil dann kriegst du die Kommentare und wenn du darauf nicht antwortest, das geht fast nicht. Das geht sich nicht aus. Also du musst dann auch irgendwie damit umgehen. und ich habe schon mehrere Shitstorms erlebt über Social Media, wenn du dann über ein Wochenende also hunderte und wirklich, wirklich sehr, sehr viele Nachrichten auf allen Kanälen bekommst und es unmöglich ist, das zu handeln. Und ja, also ich denke da, natürlich gibt es eine Agenda dahinter. Und wenn man sich die verschiedenen Accounts anschaut, manche, alle Minister, Ministerinnen haben ihre Social Media Accounts. also ich weiß nicht, sie haben große Zahl von Followern, sie haben ganze Social Media Teams, die das betreuen und der Content ist ein Recht, also der Content plätschert so dahin. Ja, das ist so. Ziemlich monoton. Ja, ja, ich weiß gar nicht, wie es so auf andere wirkt, aber so, hallo, das ist mein Tag und ich gehe mit euch durch meinen Tag und jetzt habe ich dieses Paket beschlossen und hier habe ich was unterschrieben. Ja, aber es ist genauso unauthentisch wie alles andere, was sie noch ausmachen. Da hilft es halt auch ein Social Media Account nicht mehr, meiner Meinung nach. Ja, es geht halt direkter und gezielter und mehr davon, weil, weiß ich nicht, der Standard berichtet halt nicht über jeden Schritt, den man jeden Tag setzt oder, weiß ich nicht, die Heute-Zeitung. und das ist wie ein eigener, privater Broadcasting-Kanal. Man muss die Leute halt dazu bringen, dass sie teilnehmen daran und sich dieses Broadcasting anschauen und die Logiken immer von dem jeweiligen Medium gut bespielen können und bedienen können. Aber es ersetzt eben nicht das, was du quasi die alte Form der Politik, also du gehst trotzdem noch von Tür zu Tür oder hältst irgendwelche Reden. Ich persönlich oder allgemein jetzt? Ein allgemeines Du. Na, ich glaube, es ersetzt auch nicht die Authentizität, weil es ist, wie du gesagt hast, ja, also es ist, ich weiß gar nicht, aus welchem Zugang heraus das konsumiert wird. Aber ich glaube, wir sollten auch diese Seite nicht vergessen, dass es gibt diejenigen, die mit einer Agenda auf Social Media sind und Social Media nutzen für Aktivismus, für politische Arbeit, für Parteipolitik. Und es gibt diejenigen, die sind dort und die werden bespielt. Nicht alle sind aktivistisch oder mit dieser Agenda dort. Und man sucht ja aktiv die Konsumentinnen. Für viele in der Politik ist es ein PR-Bereich, ein Marketinginstrument und Werbung, wo auch sehr viel Geld hineingesteckt wird. Nicht nur, weil Social Media Teams benötigt werden, um den Auftritt überhaupt erledigen zu können, von Fotografen, Fotografinnen angefangen, über die Personen, die dich begleiten, die ganze Zeit, sondern auch tatsächlich, um Werbung zu schalten, damit du deine sonst irgendwo unten gereihten, vom Algorithmus unten gereihten, deinen Content verbreiten kannst. Aber es geht ja eben auch darum, warum geht dein Account noch und der von HC Strache dann nicht mehr? Also was, wie würdest du das einordnen, dieses De-Platforming? Also ich habe da eine pointiertere Meinung. Ich finde das gut, dass Trumps Account gesperrt wurde. Die Meinungsfreiheit ist ein extrem hohes Gut, die muss geschützt, die muss verteidigt werden, 100 Prozent. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die über der Meinungsfreiheit stehen. Und wenn wir in einer Demokratie leben, ist es wichtig auch, dass die Demokratie wehrhaft ist, dass die Demokratiekräfte, die die Demokratie zerstören wollen, genauso auch abwehren können. Und das haben wir wirklich literally in den USA gesehen, dass die Demokratie ausgehöhlt wird, dass sie angegriffen wird, dass Wahlergebnisse in Frage gestellt werden, wie man das nur aus den unseriösesten Dritteländerstaaten kennt. Und es gibt so etwas wie Demagogen, es gibt so etwas wie Volksverführer und die sich häufig in den Graubereichen bewegen und nicht immer explizit jetzt strafbare Dinge posten, womit man sie direkt rankriegt und dann auch formal rechtlich einfach dann deaktivieren kann. Nein, das sind halt Graubereiche und da gibt es in den Extrembereichen wirklich, sehe ich da schon auch eine Gefahr. Ich teile da natürlich total deine Gründe, dass wir das auch gerade als Demokratie dann irgendwie komisch finden, dass das jetzt ein Privatunternehmen in Amerika entscheidet, wer darf und wer nicht. Und deswegen bin ich insofern total dabei, dass das auch demokratisch legitimiert werden muss. Und das ist etwas, was auch sich tatsächlich verändert, dass es auf sich zu Bord eingeführt werden, bei Facebook und wichtig ist, dass das nicht einfach nur Feigenblätter sind, sondern dass das wirklich auch Power hat, dass es auch Macht hat. Und ja, und dann sind wir halt immer in Graubereichen. Aber ich denke, da kann man auch wirklich trefflich drüber streiten. Ich sehe das so auch vielleicht mit dem Hintergrund als Deutscher, die wirklich auch die Gefahren, die eine Demokratie hat in der Weimarer Republik, die vielleicht etwas zu offen war, was wirklich auch eben ein Risiko birgt und Social Media sind halt auch dann, klar, werden von Privatunternehmen betrieben, aber sind mittlerweile demokratische Elemente. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und von daher müssen die auch reguliert werden und da sind wir gerade dabei. Also das macht doch die Politik auch sogar in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Ja, also lustigerweise ist genau das das Thema. Besonders in Deutschland versuchen sie seit Jahren bestimmte Regelungen durchzubekommen in der Netzpolitik von Regulierungen in jeder Hinsicht. Und zum Beispiel jetzt auch beim Trump auf Twitter oder HC Strach auf Facebook. Das ist keine Frage von Meinungsfreiheit für mich. Natürlich gibt es ein Ende und einen Anfang von Meinungsfreiheit und wie legal sie für unsere Demokratie sein sollte. Aber der größte Partnerin ist der Privatanbieter von Twitter. Und nur weil Twitter oder Facebook jetzt demokratischer verläuft, heißt das nicht, dass die Menschen, die dahinter stehen, demokratischer werden und wie sie handeln. Und besonders Deutschland. Sie versuchen die ganze Zeit auch jetzt zum Beispiel mittlerweile mit Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen zu arbeiten, um den Netzbereich zu regulieren. Aber die Maßnahmen, die sie setzen, sind absurd, meiner Meinung nach. Zum Beispiel auf YouTube ist es jetzt mittlerweile so, sie müssen diesen bestimmten Content, der gefährlich ist beziehungsweise gefährlich eingeschätzt wird, innerhalb von 24 Stunden löschen. Innerhalb von 24 Stunden ist das Video, dreimal nur die Welt und wieder zurück. Also, dass man das reguliert, sie versuchen das zu regulieren und entweder machen sie zu viel oder zu wenig und natürlich haben da Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen auch was mit zu tun, aber das Problem ist nicht, dass der Raum so offen ist, sondern das Problem ist, ist, dass die Menschen dahinter gar keine Ahnung haben, wie der Raum funktioniert und was man dagegen tun kann, um ihn wirklich zu regulieren. Meiner Meinung nach. Ich nehme jetzt mal das Stichwort Demokratie kurz raus, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben und ich gerne noch mal ganz kurz auf einen anderen Punkt eingehen würde. Und zwar gibt es das Konzept der Liquid Democracy, also dass, wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie Politik online, also wie Politik Social Media ändern kann, aber wie kann denn Online oder Social Media die Politik ändern und dieses Konzept zum Beispiel ist so eine Mischform aus repräsentativer und direkter Demokratie und basiert auf Online-Wahlen und da wird eben genau diese Mischform irgendwie versucht durchzusetzen, was die Piratenpartei zum Beispiel unterstützt, diese Idee, was hältst du davon? Hältst du das für realistisch in Österreich? Es ist schwierig, es kommt wirklich auf die Umsetzung an, weil wir haben vorher schon gesprochen über Ressourcen und über Zugang und über Barrieren oder auch, dass das jetzt zum Beispiel eine Generationen oder ein Generationenelement auch in sich trägt, also wie schnell kann ich mir eine Plattform aneignen oder die Logik dahinter und das nutzen, geschweige denn von den technischen Voraussetzungen dafür, sind das jetzt Geräte, ist das eine schnelle Internetverbindung die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, wenn solche Zugänge glauben, dass sie dann sehr inklusiv sind oder viel inklusiver als andere, andere Modelle und andere Zugänge, als eine weitere sinnvolle Ergänzung, ja, warum nicht, aber es ist jetzt nicht, ich würde keine Wertigkeit hineingeben, dass das besser wäre oder demokratischer oder partizipativer. Okay, also zum Beispiel in Estland klappt das ganz gut, also da gibt es so ein E-Voting-System, du als junger Mensch, Dexprin, wie findest du das, fändest du das zeitgemäßer? Also da, um da nicht gleich anzuecken, aber doch ein bisschen, ich glaube in Österreich ist das komplett unrealistisch, weil wir merken, es schafft nicht mal den grünen Pass in einer gewissen Zeit, es schaffen bestimmte andere Ressourcen überhaupt nicht, ich kann bestimmte Diagnose vielleicht jetzt abrufen durch Websites, aber ich glaube, wir in Österreich haben erstens andere Probleme, die wir vielleicht noch klären sollten, wie zum Beispiel Breitband-Internet oder dass Menschen sich überhaupt einen Laptop leisten können oder irgendwie ein Gerät sich leisten können. Also ich meine, dass man sich überhaupt anmeldet zum Beispiel jetzt, also ich studiere und ich melde mich auch an, habe mich angemeldet zum Wählen und auch für die Briefwahl und da kann man sich ja anmelden und dann kann man natürlich auch einen Brief hinschicken, aber wer geht heutzutage noch zur Post, also ich persönlich nicht und ich würde mir wünschen können, dass ich wählen kann von daheim, aber ich glaube, dass erstens diese ganze Diskussion, das merkt man ja schon bei Briefwahlen, alleine Briefwahlen war schon so eine große Diskussion, dass man sagt, okay, nein, wenn die Briefe jetzt kommen mit der Wahl, egal ob in Amerika jetzt der Trump oder die FPÖ bei uns, es gibt immer was zu diskutieren, indem sie sagen, nein, die werden geöffnet und das ist nicht legal genug und ich meine, die Diskussion über einen Online-Bereich wird noch viel größer sein und meiner Meinung nach ist das komplett unrealistisch, besonders in Österreich. Dass es in Estland funktioniert, ist natürlich der Grund, weil sie im Norden sind und weil die nordischen Länder da einfach erstens besseres Internet haben und zweitens besser ausgestattet sind. Was würdest du dazu sagen? Also ich denke schon, dass wir Politik zunehmend digitalisieren müssen und das ist auch ja beispielsweise so in dem Kontext von Voten, von Volksabstimmungen, Volksbegehren, Petitionen, das ist da auch, glaube ich, also meiner Wahrnehmung nach, du bist die Expertin, aber auch schon wirklich viel genutzt und auch spannend und auch relevant ist. Ja, aber du hast ja Liquid Democracy angesprochen, was ja schon nochmal ein anderes Verständnis von Demokratie ist, ist ja nicht einfach nur Digitalisierung. Da muss ich aber sagen, da bin ich kein Experte für. Also da kann ich keine reflektierte Einschätzung zu geben. In jedem Fall denke ich schon, dass Digitalisierung Einzug nehmen muss, aber hat auch sicherlich Grenzen. Also ich will nicht wissen, was Trump gesagt hätte, wenn die Wahl auch digital hätte ablaufen können, dann hätte er es einfach outright abgelehnt und hätte es nur nicht mal begründen müssen, weil es ja eh... Gaumen hoch oder Gaumen hoch. Und so muss man wenigstens das irgendwie nach aufzeigen, dass irgendwelche Postsäcke von irgendjemandem irgendwo hingebracht wurden und dann ist das nochmal was anderes. Okay. Wir wären eigentlich am Ende, wollt ihr vielleicht nochmal irgendwie ein Fazit jeder, jede nochmal loswerden oder einen Aufruf, eine Forderung? Netzpolitik? Ja, nein? Vielleicht? Oder? Ich glaube, dass die Diskussion zwischen Netzpolitik und Politik die ganze Zeit so entfacht wird, als würden wir uns so bekriegen untereinander, als würde der Netzaktivist sagen, boah, na, Politik überhaupt nicht. Okay, ich persönlich würde jetzt nicht in Politik gehen, einfach auch, weil ich ehrlich gesagt ein bisschen Respekt davor habe, ein bisschen sehr viel und da einfach mich nicht in die Situation versetzen wollen würde. Aber dass man irgendwie bei Gesprächen immer so sagt, Netzaktivismus gegen Politik. Ich glaube, die Realität ist absolut gar nicht so. Ich glaube, dass der Netzaktivismus die Politik unterstützt und genau andersherum auch und ich glaube, dass die Begriekschaft da gar nicht so groß ist, wie man denkt. Für mich geht es viel um Begegnungen und das ist auch das, was ich am wertvollsten finde in meiner Social Media Arbeit, sei es jetzt auf Facebook oder auf Instagram, auf Twitter viel weniger, weil Twitter ist so eine Politblase mit Medien noch dazu, also zumindest in Österreich. Aber diese Begegnungen haben zu können auch einen gewissen Austausch und viel direkter. Mich hat vor kurzem jemand gefragt, ob ich so etwas habe wie eine Sprechstunde, eine Politikerinnen-Sprechstunde und ich habe so etwas nicht und ich kann noch etwas anfangen damit. Ich kann mir auch grundsätzlich vorstellen, so etwas zu machen, aber diese Social Media ist so etwas wie eine ständige Sprechstunde zu haben und die Möglichkeit, wenn ich jetzt sehe, das ist meine Constituency, Leute, die mich gewählt haben vielleicht, vielleicht auch nicht, vielleicht überlegen, vielleicht wählen würden, aber es geht ja nicht nur um diesen einen Moment, wenn jemand ein X macht bei einer Partei oder einen Namen dazu schreibt, sondern die ganze Zeit über auch für mich, mir etwas mitnehmen zu können und auch zu wissen, jetzt nicht unbedingt auf einer individualisierten Ebene, ja schon auch, aber mehr wirklich als Communities gesehen, was bewegt hier Communities, was sind die Themen und was sind die Anliegen und das auch mitzunehmen, weil so sehe ich ja auch meine Aufgabe und meine Verantwortung, Themen in die Politik zu bringen. Ich möchte Politik ja auch anders machen. Das ist mein Anspruch an mich und diese Begegnungen, das ist das Potenzial und was ich versuche zu machen, weil du auch angesprochen hast, Politikverdrossenheit und ich weiß nicht, das ist vielleicht eher so eine Parteienverdrossenheit, ja, weil Politik sehe ich auch als noch mehr als das, was die politischen Parteien machen, aber mit ein Grund dafür ist natürlich das, was wir machen, ja, was die Politik, Politiker und Politikerinnen, was die machen oder was soll ich sagen, anstellen, ja, das ist ja ein Grund dafür und dieses permanente, dieses eigene Handeln, ja, und was ich versuche ist, im Bewusstsein dessen auch über meine Social Media Präsenz eine bestimmte Haltung zu vermitteln und in dieser Haltung auch vorbildhaft zu wirken und zu zeigen, so gehe ich um mit Konflikten, so gehe ich um mit Diskussionen, so gehe ich um mit Widerspruch oder mit anderen Meinungen und das ist mir auch wichtig, das platzieren zu können und das ist etwas, das kommt von mir selber und nicht von einem Social Media Team und ist dadurch vielleicht eben auch nicht so poliert, aber in der direkten, in direktem Feedback oder Echo darauf kann ich, ja, politisch auch wachsen und lernen und irgendwann werde ich vielleicht nicht mehr mitkommen, kann gut sein, aber vielleicht ergibt es sich dann, dass, weiß ich nicht, du doch einsteigst in die Politik und dann viel davon mitnimmst und dann diese Verschränkung viel stärker da ist und nicht so ein Nebeneinander, ein Nutzen, also die Politik nutzt das Social Media Potenzial, sondern wirklich mehr eine Verschränkung und eine Verbindung und damit eine Veränderung dessen, von dem, glaube ich, die meisten von uns genug haben, nämlich dieses Business as usual. Tobias, willst du noch was dazu loswerden? Ja, also ich denke, es ist klar, die Social Media sind gekommen, um zu bleiben, also das ist jetzt erstmal Realität, damit müssen wir, die müssen wir annehmen und mir ist wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, nicht immer nur den Blick auf eine Seite der Medaille zu legen, gut oder schlecht, sondern einfach zu verstehen, dass sich der Mensch insgesamt in Social Media abbildet. Social Media sind nicht böse und sind auch nicht gut, die sind halt einfach so, sind ein Tool, ein Vehikel für Menschen und klar, wir haben jetzt Stichwort Querdenkertum oder natürlich Online-Hass, da sehr, sehr viele, sehr negative Aspekte, die wir aber auch, dadurch aber auch sichtbar haben und auch angehen müssen, ja, so kann man nicht mehr ignorieren. Auf der anderen Seite natürlich Black Lives Matter, Fridays for Future, wo junge Menschen, die vielleicht sonst eben nicht so viel Gehör bekommen, wirklich de facto ein politisches Gewicht entwickeln können, ich denke auch an Rezos Video, also das ist schon tatsächlich auch ein Empowerment, das sind halt beide Seiten und es gibt Chancen, es gibt Risiken und in jedem Fall kann man auch, auch aus wissenschaftlicher Perspektive häufig sagen, dass sich das in der Regel irgendwo in der Mitte dann wiederfindet und ja, und wir jetzt die Aufgaben haben, halt versuchen, die Auswüchse in Negativen halt ein bisschen abzutrimmen oder uns bewusst zu sein, vielleicht auch da Restriktionen einzuführen und eben vielleicht nicht einfach nur wilder Westen, alles geht, ja, aber gleichzeitig dann auch die Potenzial halt nutzen. Ja, ich fand's so sehr, sehr reflektierte Diskussionen darüber und auch sehr qualifiziert, also mir hat's großen Spaß gemacht, ich bedanke mich sehr, sehr, sehr bei euch, dass ihr da wart und so toll, so tollen Input gebracht habt, ich bedanke mich auch beim ganzen Fallout-Team und dem Technik-Team, was hier dahinter steht und wir drei gehen jetzt schon mal aus dem Studio, weil Dex Plin, aka Emily, bleibt noch kurz mit einem Song, dessen Namen ich natürlich vergessen habe gerade. Hi, das ist Dex Plin und das ist You Make Me Feel. I Don't Wanna Sleep Alone Again The only time that I could sleep was lying next to you And I don't want to feel at home again I felt so safe, so much at peace And now it's all gone And now it's all gone And now you're all gone Mmm Mmm Cause you make me feel like You make me feel like You make me feel like Nobody else No, you make me feel like You make me feel like You make me feel like Nobody else, no Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich bin Dex Plin und danke an das Studio für Okta TV. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018